Moin Moin, liebe Freunde! Ab Montag geht's wieder los. Da wird dem Nativo wieder zugestochen. Deswegen kommt vorbei. Wir zeigen euch, was wir vorbereitet haben. Damit wir uns in Zeiten von Corona auch weiter um euch kümmern können, stehen natürlich auch für uns die gesundheitlichen Schutzmaßnahmen an erster Stelle. Wir tätowieren, piercen und sterilisieren ausschließlich in separat abgetrennten Räumen. Unser Team ist top ausgestattet. Wir tragen Masken, Handschuhe und wir haben Plexiglas eingebaut. Damit ihr euch bei uns verschönern lassen könnt, möchten wir euch um die folgenden Dinge bitten. Ruft uns auf jeden Fall an und macht einen Termin aus. Laufkundschaft können wir zurzeit leider nicht bedienen. Freunde könnt ihr zu eurem Termin diesmal leider nicht mitbringen. Kommt deswegen alleine. Solltet ihr krank sein oder euch nicht gut fühlen, ruft uns bitte an und verschiebt euren Termin. Wir finden auf jeden Fall einen Ersatz für euch. Unsere ganzen Gastkünstler aus dem Ausland können zurzeit logischerweise leider auch nicht einreisen. Das heißt, alle Termine mit denen entfallen bis auf weiteres. Wir informieren euch aber auf unserer Webseite nativo-hd.de ab wann die Jungs und Mädels wieder hier im Studio sind. Also haltet aus, wartet bis sie da sind oder macht euch einfach einen anderen Termin hier solange. Vielen, vielen Dank für euer Verständnis und eure Geduld. Wir wissen, es sind sehr spezielle Zeiten zurzeit, aber wir freuen uns sehr darauf, am Montag wieder an euch rumstechen zu können. Deswegen nehmt den Hörer in die Hand, ruft uns an, macht euren Termin. Dann sehen wir uns hier wieder bald im Nativo Tattoo Drive. Bis dann! 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 Vielen Dank.